Sie bewegen sich unerkannt im Schatten, wirken niederer Natur und stets befremdlich. Wesen, die mit gewohnten Tieren und Pflanzen nichts gemein haben. Ihre groteske Schar wird schon seit Menschengedenken gefürchtet. Und ehe man sich versah, wurden sie alle mit dem Namen Muschi bezeichnet. Diese Wesen kommen dem Leben selbst sehr nahe. Deshalb ist ihre Erscheinung und Existenz eher unbestimmt. Manche von ihnen sind sichtbar und andere wieder nicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017